Allianomalzeit, da sind wir wieder bei, Potato, äh, Birthal Terrors. Letztmal haben Ganora alles weggeheizt hier, endlich. Etliche Elite-Gegner gekillt. Taure haben wir schon gemacht. Diesmal geht's weiter mit dem Wanderer. Verdiene 5 Materialien für alle 10 Schritte, die du in einer Welle machst. Oha. Plus 1 Maximal HP für alle 80 Schritte, die du in einer Welle machst. Tempo-Modifikatoren werden um 10% erhöht. Minus 5% Tempo, minus 50% fallengelassene Materialien. Oha. Gut, was nehmen wir für eine Waffe? Oh hier, Wanderstock. Plus 1 Reichweite für alle 70 Schritte, die du in einer Welle machst. Okay, hau rein. Sollen wir hier Maximal gegen, oder? Ich weiß nicht, ob der das packt, oder? Egal, wir probieren's. Einmal probieren wir's. Let's go. Auf jeden Fall viel mit dem Laufen. Immer Bewegung, immer Bewegung bleiben. Und viel Tempo-Eleven, ne? Das heißt theoretisch, wir müssen ja gar keine Gegner killen, oder? Okay. Da, noch ein Wanderstock. Sehr schön. Und die Brille holen wir nächstes Mal. Was haben wir hier? Unterstützung. Also wir gehen auf Unterstützungs-Items. Okay. Nordic Walking. Nordic Walking. Ja. 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 Das haben wir. Hier Tempo, Tempo. Alles auf Tempo, was geht. Reichweite. Noch ein Wanderstock. Als wenn Zorro wandern geht, weißt? Ja. 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 Das brauchen wir. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir. Jetzt hat er einen im Mund, weißt? Guck. Hat einen Stock im Mund. Haha. Zorro auf Wanderschaft. Mit drei Wanderstöcke. Er kriegt da gut Damage rein, ey. Sehr gut. Mal hier Nachkampfschaden. Und Reichweite. Noch ein Wanderstock. Jetzt hat er einen. Einen hat er jetzt hinten in der Arschwitze, weißt? Haha. So. Jetzt haben wir hier noch ein Angebot. Gut. Die Griffste hat das auch gut. Rüstung haben wir eh nicht. Reicht. Sparen. Oh, die sind eklig. Die Viecher. Die schießen immer so toll. Oh, flug, flug, flug. Den Flug mit rum. Flug ist gut. Dann kriegen wir bessere Items. Das neue DLC dazu bekommen. Dass man jetzt Fluch bekommt. Ne. Feuerball. Hier, Wanderstock. Ziegelstein. Nee. Brauchen Unterstützung. Ist das gut? Erst mal im Moment. Alles klar, weiter geht's. Jetzt hat er in der Kniekehle. Einen Stock. Da mehr Fluch. Komm. Mach die weg. Sehr gut. Wenn du Material aufsammelst. Okay. Fernkampfschaden haben wir nicht. Oh, ja. Das ist gut. Tempo. Tempo. Mehr Tempo. Wanderstock Level 2. Sehr schön. Da. Noch ein Wanderstock Level 2. Das ist auch gut. Mehr Fluch und mehr Schaden. Das bringt uns leider nichts. Wir haben alle die gleiche Waffen. Oh, ja. Hier das ist gut. Nahkampfschaden. Und Rückstoß. Sehr schön. Weiter geht's. So, tritt den sechsten Stock. Balanciert der hinten auf der Hacke. Wo geht der ab? Er hat Nordic Walking durchgespielt. Mit sechs Stöcken. Mit sechs Stöcken. Sehr gut. Noch mehr Tempo. Immer Tempo. Tempo. Rüstung können wir auch mal mitnehmen. ja das ist gut ja aber Rückstoß haben wir jetzt ein bisschen was bekommen das will ich eigentlich nicht schon wieder weghauen das hier ist gut Bäume sterben mit einem Treffer, okay Drittchance ist gut Glück haben wir nicht kein Glück, dieser Wanders Mann dann können wir noch einen verfluchten kriegen verfluchten Wanderstock, das wäre nice oh hoppe Walross ist da die halten immer gut was aus waren aber wenig Damage das geht nicht dauernd auch jetzt sehr schön ok mehr Tempo nochmal das Wurfsperr, genau hier Flügel nehmen wir mit oh ja hier plus 1 Schaden pro 1% Tempo das ist nice nächste Runde nehmen wir das mit hier nehmen wir noch mehr Tempo rein ne das gibt weniger Tempo das ist blöd das wollen wir nicht wir wollen mehr oh wir müssen in Bewegung bleiben immer in Bewegung er ist Fitness Junkie darf nicht stehen bleiben darf nicht stehen bleiben Nordic Walking halbe Stunde mit 6 Stücken ohne stehen zu bleiben sehr schön oh ja das her damit Na komm Schaden sehr gut das Ding nee oh Gott sei Dank habe ich das gesperrt gehabt ey oh ja verfluchter Coupon das ist gut das nehmen wir auch mit das nehmen wir nächste Runde max HP haben wir zu wenig max HP haben wir zu wenig max HP haben wir zu wenig allerseits schon gut schnell unterwegs ey schnell war ich noch nie oder 34 Tempo ich glaube ich hatte mal einen mit 100 Tempo aber das habe ich nur für die Trophy gemacht deswegen habe ich mich ja glaube ich trotzdem nicht bewegt aber der ist auch glaube ich richtig gut für den Pazifist der wandelstock wir haben ja eigentlich schon reichweite 187 ich weiß gar nicht, gilt das auch für nahe kampfwaffen reichweite ach so halb so effektiv bei nahe kampfwaffen ok trotzdem gut machen wir hier was machen wir ausweiten ist gut hey ist gut schätze ist gut leg dich leg dich ist gut ist gut nein so wo noch ein blauer wanderstock das ding nehmen wir auch mit jetzt können wir eigentlich nächste runde holen reichweite haben wir mittlerweile genug weiter gehts schon eine lelle 10 11 haben wir schon geschafft sehr schön das das ist das ist das das ist das fünfte schwierigkeitskraft pass auf bruder pass auf oh hier mal lebensraub bisschen mehr neben holen die und die 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 kann man sowieso nicht, egal. Gut, weiter geht's. Noch eine Runde bis zum Boss, bis zum ersten. Hey! Das ist gut. Ich muss jetzt selber ein Schwanz gebissen, naja guck. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Gut. Schatzkarte ist gut. Tempo. HP Rack. Oh, ich mach mal HP Rack. Aber sehr wenig. Oh! Erste Lilane. Ist aktiviert. Zweite. Zweite Lilane. Und verfluchter Köder. Auch sehr gut. Das können wir nächste Runde mitnehmen. Das war's. Oh, und jetzt. Wo ist er? Erste Bossi. Oh, wer ist er denn? Komm, mach ihn weg. Der geht, der geht. So, jetzt müssen wir weiter rennen. Ein bisschen Schritte machen. Strecke machen. Strecke machen. Sechsfacher Nordic Walking Champion. Also mit sechs Stöcken. Also nicht sechsfacher, sondern sechsstöckiger. Nordic Walking Champion. So nenn ich's die Folge. Weil er sechs Wanderstöcke hat. Wälde plus acht. Watt. Ja, nimm mal mit. Nahkampfschaden ist gut. Das nimm mal mit. Mehr Glück ist auch gut. Mehr Bäume ist auch gut. Oh, das brauch ich. Sammelreichweite ist gut. Weiter geht's. Oha. Jetzt geht's auch gut ab hier. Jetzt kommen auch Akrogegner, was da ist. Ja, bleib in Bewegung, Bruder. Bleib in Bewegung. Bleib dabei. Okay. Wüste absetzen die Stöcke. Wüste absetzen die Stöcke. Und Bäume auch. Ja, zack. Brand wird langsamer. Brand haben wir überhaupt nicht. Drittchance. Sehr gut. Sammelreichweite. Sehr gut. Nee, graue Stöcke nehmen wir jetzt nicht mehr. Das nehmen wir mit. Das ist gut. Technik. Haben wir gar nicht. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht so viel auszugeben. Das da kann man. Da kam Schaden. Ja, Reichweite haben wir genug. Guck mal, Reichweite 307 0. Gut, weiter geht's. Oh, wo der zweite Boss kommt. Oha, wer ist er denn? Ein Gargoyle. Das stimmt. Der trifft auch nix. Guck, den hatten wir schon mal. So, die Mini-Bosse sind bis jetzt gehen. Die neuen. Und die sind zwar schon stark, aber die treffen nix. So, jetzt hier bleibt in Bewegung. Bleibt in Bewegung. Bleibt in Bewegung. Lasst die Stöcke fliegen. Komm, komm, komm. Der Weltrekord ist zum greifen. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Nö. Tempo, Tempo. Mehr Tempo, Bruder. Mehr Tempo. So, das rein. Nee, das da nehmen wir mit. Hier, das können wir nehmen. Wir haben genug Reichweite, das ist egal. Nee. Ah, ich weiß nicht. Sammelreichweite, Ernte. Aber Ausweichen geht verloren, ne? Das ist auch doof. Wir haben Ausweichen nur 14. Das ist halt schon wenig, ne? Das ist schon sehr wenig. Komm, bleib in Bewegung, Bruder. Komm, bleib dich. Mal schön in den Kreis. Was. Vielleicht kommt, nee, ich glaube der Welle 18, ne? Weil er 18 kommt, der dritte Boss. voll durch, sammeln das Zeug ein, sehr gut ja ja, HP Racken müssen wir haben da, Sammelreichweite, 3% Schaden am Ende der Runde, am Ende der Welle oh, das muss ich auch haben Bärtierchen ist mal sehr schön Level 16 bleibt dabei auch die Scheißfücher schon wieder schon die Köpfe, auch schon wieder da 3-köpfige Hosenschlamm, auch dabei 4 Fluch haben wir überhaupt, nur 20 Fluch, das ist ja echt wenig da machen wir noch mehr Dinger kaputt Nachkampfschaden, Angriffstempo, plus 10% wenn du 3 Sekunden keinen Schaden nimmst, ok nehmen wir hier einmal Bärtierchen, das ist gut nö, das proben wir nicht nö und wenn wir das, ich glaub das nehmen wir jetzt ich glaub das müssen wir nehmen, ne und dafür noch ein bisschen mehr HP Rack let's go mehr Schaden, äh 29% mehr Schaden in diese Runde aber wir haben Bärtierchen und Zusatztempo ein bisschen mehr Rack könnte klappen dafür wird unser unser XP Gewinn extrem gesteigert vielleicht wir leveln noch viel viel schneller oh, erster Treffer was kommt, oh oh, oh oh kommt noch 10 Sekunden, das schaffen wir, let's go wir kriegen richtig viel XP neu rufen, einschaden, ne, ja, ok ok HP Rack da, Lebensraum ist auch gut ja, nimm mit nimm mit nimm mit nimm alles mit alles mitnehmen oh, das müssen wir haben 35% Chance bei Levelaufstieg ein Fluch zu erhalten das ist gut das nehmen wir auch mit oh, Wanderstock oh, dritte Boss kommt oh, wer ist er denn der hat nicht mal ein Gesicht, Junge der hat kein Gesicht was ist mit ihm der hat kein Gesicht alles gut mach ihn, mach ihn, mach ihn yes, weg mit ihm ich glaube wir können den Marathon holen und Weltrekord sechs Stück ist nur die Walking sehr gut oh, ja, das ist nice das ist ein Ulti wer XP gewinnt oh, ist einfach irgendwie gut, ne na komm, let's go das brauchen wir nicht ne, lieber nicht einmal kostenlos würfeln das ist gut mal hier Lebensraum Rangfüßler müssen wir nehmen das Ding müssen wir nehmen das Ding müssen wir nehmen sehr gut hier mehr Tempo auch sehr gut vorletzte Runde Rekord ist zum Greifen nah der Weltrekord im sechsstöckigen Nordic Walking oh, ja, ab geht einfach ist so schnell, ey wie viel Gegner, Junge ich hab nichts geholt was mehr Gegner spawnen das ist das ist normale Spawner Raid von diesem Level und ich hätte es nämlich auch holen können ich hätte es auch holen können dass jetzt noch doppelt so viele Gegner spawnen aber ich hab extra nicht geholt weil ich schon wusste dass das vorletzte Level meistens sehr chaotisch ist Technik wie viel haben wir Technik eine mit von mir aus ok Angriffstempo oh ja wir brauchen Angriffstempo aber sehr wenig da ist noch ein Wanderstock nee 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 oh Wanderstock rein zweimal kostenlos würfeln sehr gut neu das war's gewesen das war's gewesen also jetzt Boss kommt ich weiß nicht ob wir besiegen können aber vielleicht schafft man so 90 Sekunden einfach wegzulaufen oh doch den kriegen wir runter das geht bleib dabei bleib dabei komm 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 mach ihn nein das war nicht NULL das war nur der erste wir sind zu zweit komm 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 yes Yes! Der neue Temp im 6-stöckigen Nordic Walking. Supergut. Siegerschall bekommen, 4 HP Rack, 4 Nahkampf, 4% Tempo plus 25% Gegnertempo während der nächsten Welle. Okay, aber das kommt ja nur ein einziges Mal. Wie viel Damage hat das gemacht? 7.000? Ja, so 7.000 machen die. Wäre natürlich auch nice gewesen, wenn wir noch einen roten bekommen hätten, aber gut. Sehr, sehr cool. Ein neuer Champion ist geboren. Sehr schön. Geil.